Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Das geht 3. Okay, Gail ist gerade da, können wir mit dir noch reden. Ja, umarmen wir immer direkt. Meine Studierenden finden mich etwas Intimidating, wegen meiner, äh, Explosive-former-reputation. Ich habe die Angst, die Gottes in ihnen gebracht. Oder die Angst, die Mystra zu sein. Ich verabschiede die Krone von Karsus zu ihr, wie ich sagte, ich würde. Und, in return, sie verabschiede mich von der Orbe zu Ende. Even jetzt, ich verabschiede mich, die Gefühle zu sagen. Es war, wie ich... Exhaling, für die erste Mal, nachdem ich meine Briefe für so sehr lange habe. Ich habe nicht klargestellt mit meinen Studenten, dass die Orbe ist nicht mehr ein Wettbewerb. Die Läge und meine Explosive-Gapabilität ist ein tolles Beispiel für eine Karte. Es ist gut, wenn es nicht. Ich verabschiede mich, wie viel Spaß die Studierenden kann. Aber... Es wäre leichter, zu schreien, zu einem Intellekt-Devauerer als einige meiner Pupilen. Also dann, überzeugt mich, warum macht Illusionsmagie solchen Spaß? Illusory magic has the power to confound the senses, to render the impossible into reality, and to allow expression of that most magical attribute of all. Imagination. Die Läge und die Läge sind die Läge. ...machend. Die Läge und die Läge sind Oh, sie versuchen ihre Besten, natürlich. Und sie können sich aufwachen. Die Läge sind. Die Läge sind. Sie können nichts von Tara nicht so gut fixieren. Und was Sie? Was Sie machen? Ja, ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Ich würde sagen, ich bin ziemlich glücklich. Und ich könnte Ihnen nicht glücklich sein. Eine gewisse Rewardung für die Schmerzen, die Sie hier gemacht haben. Ich habe meinen Studenten viele Geschichten über unsere Escapades. Du bist etwas wie ein Hörer zu ihnen, Sie wissen? Ich bin froh, ihn zu meiner heutigen Kohorte als ein Gästelekturer, vielleicht. Ich bin sicher, dass ich viele Fragen für Sie haben. Ähm, ihr lässt kleine Magierschädel zerschmettern, klingt spaßig. Well, I for one can't wait. And I say with some confidence, neither can they. Of course you'll be most welcome to stay with me in my tower. My apologies, Tara. That would be our tower. It will give us plenty of time to catch up on your adventures. I'm very curious to know, what you've been up to these past months. But I suspect the telling of that tale would keep you tied to me all evening. So, in the spirit of selflessness, I encourage you to mix and mingle for now. The time enough to come. Jo, das stimmt. So, ah ja. Oh, Vampirs mich durch die Gegend. Not one juicy secret to be heard. Oh, right. You. Hello. So, Gates von den Tara, nicht wahr? Äh, genau. Die haben wir leider, ich glaub, die... Ähm. Die kamen ja auch irgendwie ins Lager. Die hab ich halt damals verpasst, glaub ich, mit irgendeinem Check, der nicht geklappt hat. Ja, schön euch wiederzusehen. Ähm. Ähm. Wenn euch das so gesagt hat, wie sollte ich da diskutieren? Well done. Despite my old friends genius, he'd have blown himself up long ago, if not for the help of friends like you and I. You ought to come visit myself and Gail, when you're able. If you can extract yourself from what I'm sure are very important responsibilities. We'll send word by pigeon when we've need of you. I used to have a taste for them, but a great many things have changed in recent months. Ta-ta, darling. Mhm. Mhm. Okay, ja. Dann mal los. So. If not over, then through. Dann... Will fehlt noch. ... I'll forget all that. By the stars light and the moon's glow. It's so good to see you. And I've got so much to tell you. The hell hunts no mere duty. It's a thrill. The demons I've disintegrated. The devilkin I've bled. The stories I could share. Uh... I don't suppose you'd indulge me. Hm... Eine Geschichte von einer Schlacht. Erzählt von der legendären Klinge von Avanus. Ich bin ganz ohr. Yes. But... Just the one. Or I'll be yammering all night. You want to hear about the Amnitsu at the sticks? The three tusked Orthon? Or the invading Gorestroi? Ähm... Nehmen wir den Orthon mit den drei Stoßzähnen. Word travels fast, when a devil crosses the Dellenbeer Vale near Daggerford. It had traveled a hell rift to a long forsaken shrine. Luckily, the trail it scorched into the frontiers was hard to miss. It led to an isle of cracked rock in Avanus, floating amid a molten sea. The Orthon stood heaving, breath like brimstone and ash. And then it charged, splitting the ground with every thud so fast it left a trail of smoke. I could barely nick it. Not with a blade. Not with an eldritch blast. It was the war devil's weight that proved its own undoing. The third charge it made, I struck the rock with scorching ray. The ground split apart the moment the beast stomped onto it. The Orthon slowly sunk, howling into the magma beneath. I let two of its tusks sink with it. The third, I sliced free and presented to the first Duke of Daggerford. A rare trophy to grace his walls. I've seen him more than a few times. And he's as proud of me as I am of him. He's leading the city renewal, opened the gates to all newcomers, rebuilt the council from scratch. And he's back in his element, commanding the flaming fist with brave heart and no shortage of empathy. The likes of Gortash can bend people's minds with a few chosen words. No tadpole needed. Bane's chosen primed the fist for a war they weren't meant to win. He convinced them there was an assassin hiding in every shadow. That cruelty was the correct answer to crisis. With a few exceptions, father's pardoned every last fist. If my forgiveness not be Tyr's will, so be it. I shall forgive them all the same. His words, not mine. He still believes in the bow and the blade. But with Florek's help, he's teaching the fist a new lesson. Valor is found not in the wounds you inflict, but in the lives that you have bettered. May they all take it to heart. Ähm... Ja, ich habe das Reisen mit euch vermisst. Ihr wart eine sehr angenehme Gesellschaft. Ich habe dich auch gefühlt. Der Ratsch der Krieg, die wir betrachten. Der Herz zu Herz. Die Nachts rund um den Feuer. Der Komfort zu wissen, dass ich nicht das Unknowledge alleine hatte. Wenn ich das alles wieder einmal gemacht hätte. Und ich würde es lieber nicht, um klar zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dich nicht an meiner Seite habe. Ja, unglaublich. Ich wünschte, ich hätte es sehen können. Ich wünschte, dass du da gewesen bist, um zusammen zu sein. Oh, um zusammen zu kämpfen. Just like the old days. Ich glaube, das ist mein Weg, zu sagen, dass ich dich vermisse. Tonight. Ich töste nicht nur die Leute, die wir geworden sind, sondern die Leute, die wir waren. Warrior. Winner. Saviour. Ich bin überrascht, dass Misura euch so viele Freiheiten gewährt. Sie hat mich auf einem langen Leash. Wenn du es glaubst. Jeder Target, den sie mich aufsetzen hat, war ein dämonischer Intruder. Tenari-Assassins, die in Avernus schlafen. Armonites, die amassenen neben den Sticken. Meine nächste Markung ist noch die größte Herausforderung. Oder so sagt sie. Ich weiß nicht mehr. Nur, dass es kein Dämon, sondern ein Däver. Sie spielt ein Spiel. Ich weiß nicht, was es ist, oder wie sie will sie gewinnen. Aber ich kann euch das sagen. Ich würde mich auf meine eigene Bläde, und in die Blöde war in einem Moment, seit Zariel's Held-toucht-finger strechst auf die Straße. Und, wenn ich mehr als Warlock, das nicht ein Risiko Misura nehmen würde. Hm, okay. Ja. Dann hau mal rein. So. Will, dann. Ich glaube genau. Kalach kommt zum Schluss. Minsk hat er glaube ich noch, ne? Hm. Mhm. Auch schön euch zu sehen, Minsk. Oh, and it is good to be seen. Oh, after so many days down in the dark, Minsk began to wonder if he was some blind bug who had only dreamed himself to be large and bulksome. You will forgive the aroma, I hope. We were not expecting the dusty one to open a portal to our very cell. Boo had a moment to lick himself clean, but there is a little too much of Minsk to cover. Hm, ihr wart eingesperrt? Weswegen? Minsk and Boo have been helping, of course. We guard the streets, while Jahira is occupied with harperish matters. The Zhentarim ruled the city's underbelly, so Minsk and Boo went to give them a tickle. There were harsh words, battle cries, some manner of head wound. We awoke in a Zhentish cell, awaiting trial by noble combat. I... Execution, says Boo, though I am not sure of the difference. It is a long walk to the gallows, and Minsk still has his fists, no? Hm. Ähm, ja. Klingt, als hätte Lazarus euch gerade noch rechtzeitig rausgeholt. In ample time indeed. So long as the bone mage returns us to our cell by dawn, Boo would not be late to the bloodshed. But leave such matters for the morn. Tonight is for celebration, and the telling of tales. How have you filled your days, since we tore this sticky tyrant from the sky? Hm. Ähm. Ja. Ich war mit Karlaq in den Höllen, habe gegen Teufel gekämpft und nach einem Heilmittel für ihr Herz gesucht. Oh, Boo, do you know what it would mean? To find a cure for Karlaq's heart? Exactly! Her heart would be cured! Oh, when this day comes, you must come and bunk with Minsk and Boo. There is much merriment to be made before the night is done. Go, and greet the others. Minsk shall make himself presentable. Ah, this pond shall do nicely, Boo. Though I see no soap. So you shall have to blow the bubbles for me. Sehr schön, mach das mal. Okay, ähm, was soll ich mit dir? Siegst du noch was? Oh, hello. Let me guess. You've got some suggestions about the music choice. Ähm. Die Musik ist gut. Ungeladene Gäste nicht. Wer seid ihr? You have no idea who I am, do you? I thought with us might have set the stage a little. Ähm. Äh, ja. Woher kennt ihr Lazarus? I owe him a favor. One he is eternally invoking. I thought honoring the worthy was a fair price to pay for with us to pull me out of the fugue plane. Alas, one purgatory to another. Was habt ihr auf den Fugenebene gemacht? Languishing in Obscurity. Sirik knew what he was doing when he punished me for that song, The Frick. Before I was banished to the fugue plane, I had song prayers coming out the proverbial ears. Guess how many I get now? None. Musical prayers were once offered to Melil, Lord of Song. A minor deity whose worship faded after offending the trickster god Sirik. I'm washed up, I'm afraid. Nicht, aber es ist eine Ehre, ein Tänchen von Meli zu lauschen im Fürsten aller Lieder. You. You know. You're bloody right. It is an honor. Finally. The scribe picks an adventurer of substance. Of culture. What can I do you for? Ähm. Ah, nichts, bitte mal einfach weiter so. Fantastical news. Carry on, I shall. Cool. Ja, ich glaub dann haben wir eigentlich fast alle bis auf Karlach. Oh shit. Oh my God. He wasn't kidding. Where is your mad bastard you brought us back? Commander Zula won't know where the fuck we went. Oh man, I can't wait to say hi to everyone. Look at them, they're beautiful. Rest up, soldier. My tin can'll be alright for the night. And you and me will get to sleep with both eyes shut for the first time in... Six months? Then again, maybe we won't sleep at all. Mhm, der Gedanke gefällt mir. Me too, my love. See you soon. Krieg ich einen Kuss? Come here, you goon. Oh, hey. Before you go, I've been thinking about those blueprints we found. Zariel's probably got a load of cambions guarding that forge. I'm sure she knows I'll want in. She'll do anything to stop me from fixing this thing. I might have an inn with one of the guards though. An old acquaintance called Flo. Not sure she'll help us, but... Maybe. We might get to come home. Permanently. Maybe even sooner than we think. That's good. That's good. That's good. Yeah, I think we haven't talked about all of them here. Ah, no, not yet. Who knows what people are gossiping about. Ah, my dear friend, it's been an age, has it not? You're looking very well indeed. Our skeletal friend will be very pleased to see I found my way here, despite my invitation getting lost in the post. Wie wunderbar ich zu sehen, Volo. Wie ist es euch ergangen? Busy as ever. Better that than the reverse, wouldn't you say? Every major publishing house on the sword coast has been I'm vying for my upcoming book on the subject of our adventures together. I've gotten quite good at replicating your signature, so you needn't even bother with the release form. You might help me with the title though. I'm considering the hero and me. What do you think? Um... Großartig. I knew you would. Perhaps, once the manuscript is finished, you'd even be willing to write a forward. Or better yet. I'll write a draft and you can just sign your name. Better still. I'll sign it for you. Ah, your success really has been wonderful for my reputation. But you mustn't let me hog your attention all night, my friend. You've many friends to chat to and I'd love to listen in. Okay. Ja, dann haben wir, glaub ich, wirklich alle. Sehr schön, sehr schön. Hier nochmal schauen. Ja, das passt. Cool. Ja, schön, die jetzt alle nochmal zu sehen. Ich kann mal sehen. Ich kann mal sehen, wie die nächste Woche. Na dann? Die willigen Seelen. Ja, dann. Die willigen Seelen. Mh. so erschaffen ein stützend dach dankeschön so das war es noch mit hast du noch ein schach gespielt? guck mal an soo Na dann. Ich bin froh, eine Höllenpause zu haben. Die kleinen Dinge eben. Ja, nun habe ich mich wohl mit allen ausgetauscht. Was kommt als nächstes? Oh, heros, wastrel, Freunde. Ich habe lange erwartet, um diese Worten zu erzählen. Es ist vorbei. Für jetzt. Du spielst deine Rolle in die Fabrik des Fates selbst. Aber für alle Fates, die du siehst, so verletzten die Gäste. Sleep, rest, revel, aber bereit sein. Denn du musst noch nicht sein. Bis wir uns wiedersehen, ich wünsche dir die Möglichkeit, Auf die besten Vollen, die ich mir hätte erträumen können. So, sehr schön. Damit wären wir tatsächlich dann durch. Ja, alles in allem ein unglaublich tolles Spiel. Ja, eins, wie ich schon anfangs ja mal sagte, wo ich seit langer Zeit mich nicht mehr oder mal willens war, wirklich quasi Vollpreis dafür auszugeben. Das versuche ich ja mittlerweile immer noch zu meiden, also gerade auch in Sicht auf dem Zustand, in dem die Spiele mittlerweile auf den Markt geschmissen werden. Aber ja, das war wirklich, wirklich toll. Ich habe echt wenig zu bemängeln, wie gesagt, teilweise war es halt so ein bisschen gut. Jetzt im letzten Kampf muss ich halt auch sagen, das lag halt dann eben auch ein bisschen an meiner Unfähigkeit aufzupassen, dass die Platten irgendwann verschwinden habe ich halt überhaupt nicht mitgekriegt, weil ich so gestresst war durch die schlechten Würfelwürfe zwischendurch und dass es alles nicht so ganz lief, wie ich das wollte. Von daher war es natürlich auch ein bisschen mein Fehler. Da hat dann zum Glück halt dann nach ein, zwei Versuchen dann doch noch funktioniert, dass wir es dann ganz gut durchgekriegt haben. Ansonsten ist es ein unglaublich hübsches Spiel. Sprecher sind sehr toll, also gerade die Szene nachher mit dem Tod von Gortash, wo dann Kalach zusammengebrochen ist. Das war unglaublich toll für Schauspieler. Allgemein super gemacht und ich glaube, das weiß nicht, wenn es da mal irgendwann, also wir haben es ja nicht gemacht, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich mit einer deutschen Synchronisierung sehr, sehr schwer geworden, das irgendwie in der Richtung hinzukriegen. Hat auch Gruppe von mir schon gesagt, mit dem wir jetzt gerade als Together nochmal, also quasi als Gruppe nochmal durchspielen, ohne Aufnahme, dass die, ja, die Sprecher so toll sind. Genau, Bugs habe ich eigentlich keine großartig gefunden, also ja doch, ich glaube so ein, zweimal, wo irgendwas nicht lief, aber das waren wirklich Kleinigkeiten. Ja, Kamera ist teilweise ein bisschen frickelig gewesen und dass, wenn die dann von selber hin und her springt, man dann irgendwas anklickt, was man eigentlich nicht anklicken wollte. Das war etwas nervig, ähm, da wäre es, glaube ich, ja, ich weiß halt auch nicht. Also ich meine, da man ja überall spielen kann, wäre es, glaube ich, ganz sinnvoll für die Kämpfe dann irgendwie so ein Zurück-Button oder, oder, ähm, ja, irgendwas einzufügen, wenn man sich halt mal verklickt hat, dass man es rückgängig machen kann. Aber gut, mhm, ja, wie gesagt, ansonsten, superschönes Spiel, Story war sehr cool, ähm, hat alles super zusammengepasst, die Begleiter waren alle klasse und, äh, sehr sympathisch alle, also wenn ich jetzt mal in andere Spiele denke, wo dann die Begleiter teilweise eher nervig sind, ähm, hat alles super funktioniert. Ja, und soweit ich weiß, ist, glaube ich, auch nichts geplant, dass noch im DLCs oder irgendwas rauskommen, von daher, ähm, ja, haben wir dann Baldur's Gate erstmal erledigt. Es gibt zwar noch diese, ähm, Dark, wie hieß es, Dark Alliance, ist jetzt mittlerweile auf dem PC rausgekommen, ähm, aber auch da würde ich, glaube ich, jetzt mal, weil die kostet, glaube ich, irgendwie noch 60, ne, quasi zusammen 60 Euro waren es, glaube ich, also da würde ich mal gucken, wenn die mal irgendwann im Sale sind, äh, für ein paar Euro nehme ich sie mit, aber, ähm, ja, dann jetzt nach gut anderthalb Jahren sind wir mit der Ballust-Gate-Reihe durch. Hat eine ganze Menge Spaß gemacht. Vielen Dank auch nochmal an alle, die dabei waren, sich die Teile alle mal angeschaut haben. Äh, schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und, ja, mal gucken, was wir dann morgen angehen als nächstes Projekt. Hab noch ein paar Sachen zur Auswahl, ich geh das mal alles durch und, äh, schau mal, was ich mir, wofür ich mich dann entscheiden werde. Aber, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, äh, vielen Dank zu sagen fürs Dabeisein, fürs Anschauen, für die ganze Zeit und hoffe, es hat Spaß gemacht. Ähm, genau, ich werde euch dann wie üblich mit den Credits nochmal allein lassen, äh, mal gucken, wenn die durch sind, ob noch irgendwas kommt, äh, Nachricht oder Achievements, irgendwas danach. Wir werden sehen. Macht's gut, vielen Dank für alles und bis dann. Euer Peacemaker. Ciao. Das war's für heute. 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 The dead, when they're, the hosts become, felled, das war's für heute.